ja hallo herzlich willkommen zum gewinnspiel auflösung vom 100 abonnenten special ja erstmal danke an die ganzen abonnenten mittlerweile 143 sogar schon freut mich auf jeden fall können ruhig noch mehr werden ja zum gewinnspiel wisst ihr ja noch waren die hüllen hier für den zweiten und für den ersten platz der booster vom yugioh film yugioh 3d bei uns zu teilen moviepack ja so und das verlosen wir jetzt mal und dafür haben wir alle namen in dieser box hier und ja würde ich mal sagen für wen loskommt und schau mal wer die wirklichen sind fangen wir mal mit platz 2 an mit den hüllen so und gewonnen hat so der gewinner für die päckchen hüllen ist was ist das hunter x shadow hunter äh hunter xxx shadow herzlichen glückwunsch päckchen hüllen gewonnen so und weiter geht es mit dem booster für platz 1 so wieder mal shaken deckel drauf so und den booster gewinnt schauen wir mal was wir hier haben zack gerade mal gegriffen den booster gewinnt na ein hartnäckiger maric dark herzlichen glückwunsch so ja maric dark gewonnen ja dann danke ich fürs zuschauen und bei nächsten gewinnspielen vielleicht mehr glück die nicht gewonnen haben macht euch nichts draus ich werde wieder ein paar gewinnspiele machen und ja wenn es euch gefallen hat abonniert und liked weiter meine videos und schaut zu euch rein und ja haut rein alle Christian par win bad Vielen Dank.